ja ja ist gut ich fühl mich wirklich sauvohl weil die sache so geklappt hat wie wir uns das ausgedacht sind sie mit den schmerzmitteln zurechtgekommen die wir mitgegeben haben und die wunder hat nicht geschmerzt ich war sehr erfreut dass sie ihre voraussichtliche aussage stimmt vor allen dingen froh sie haben ja vorgeschlagen die hüfte erst auf konservativen wege und dann hier weil es nicht zu ändern ist eine neue hüfte und beides hat geklappt übrigens bei uns wird nicht jeder patient gleich operiert wir haben ein großes spektrum von nicht operativen verfahren die ihnen helfen können wenn aber operiert wird dann haben wir die modernsten techniken die ihnen sicherlich wieder schmerzfreies leben ermöglichen ich möchte dass sie so wenig schmerzen wie möglich nach der operation haben wenn sie schmerzen haben dann bestimmen sie selbst wenn sie ein schmerzmittel haben wollen ja teamarbeit wird bei uns groß geschrieben ja hallo wie geht es ihnen ja sehr gut ich meine eigentlich sieht man das auch aber mit dem knie klappt es wunderbar es ist schon ein kleines wunder was da geschehen ist ist ja jetzt sechs monate her haben sie das erreicht was sie sich gewünscht haben ich habe keine schmerzen mehr sie wissen gar nicht was schmerzen an energie rauben also das ist ja das kann man nicht beschreiben was wir jetzt neues haben sein gegarten wir können jetzt während sie im krankenhaus sind auf unterschiedlichsten untergrund das heißt sie haben pflaster das sieht ja klasse aus die narbe ist wunderschön verheilt keine flüssigkeit im knie machen sie das bein mal krumm super gut das ist ganz klasse das ist ihre tochter ja was sagen sie denn dazu wie geht es ihre mutter ja also ich bin echt überrascht das ist wirklich ein wahnsinn ich habe es ja mitbekommen wie sehr sie da auch irgendwie gelitten hat und schmerzen hat und auch frustriert war ja und die lebensqualität ist genau das was sie gesucht hat und das hat sie anscheinend auch wieder gefunden und hat sie hier gefunden ja auf jeden fall sicher ich freue mich sie bei uns behandeln zu dürfen ja 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 ja